Das haben wir die Katzen abgesehen, oder? Oh, ich bin drin in den Augen! Oh, Mann! Nutoka ist ein Katzenmörder. Und er erfindet immer neue Variationen, Katzen abzubringen. Ich geh ja schon... Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Your Aquarian Skies, auch bekannt als Skysolateds. Und hier ist noch das kleine Schneckchen dabei. Hallo! Und Brainy's Chefsessel ist auch dabei. Ja, hallo! Und irgendein Namenloser dahinten. Wieso ein Namenlos? Ich hab ne Angel. Der einsame Angler. Der einsame Angler, genau. Aber jetzt wird hier mal um den Tisch getanzt. Na super. Ja, warum wir uns heute wieder hier mit mehreren Leuten versammelt haben, also quasi das komplette Team könnte man sagen. Cobblestone fürs Volk. Genau. Ja, es gibt Cobblestone fürs Volk. Auch für mich? Ich möchte Cobblestone. Ey, das ist mal gut hier. Warum haben wir uns hier heute versammelt? Was ist da kaputt gegangen? Ja, wir haben uns hier versammelt, weil es eine kleine Änderung gibt hier bei Skysolateds. Halt die Klappe. Oh, das ist ja falsch. Aua. Ich hab ihn fast umgebracht. Oh Mann. Entschuldige, Brainy. Es ist immer leid, ich komme hier und trinke Karottensaft. Der macht sich wieder stark. Wie soll man denn sowas erklären? Jetzt mal ohne Flux. Entschuldige. Komm, schieß los. Auf jeden Fall dreht es sich um folgendes. Oh Mann. Also normalerweise war es ja immer so, es kam täglich eine Folge Skysolated um 18 Uhr bei jedem von uns. Und ja, die waren dann halt manchmal auch ein bisschen eintönig, weil die Arbeit hier halt manchmal, um voranzukommen ist, auch etwas eintönig ist. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, alle zusammen das Ganze ein bisschen umzuschmeißen, dieses Konzept. Das heißt jetzt im Endeffekt, dass wir auch ein bisschen Offline-Zeugs machen und euch quasi nur noch die Ergebnisse liefern. Oder auch nicht, je nachdem. Oder auch nicht, genau. Wenn ihr euch nicht schickt, dann kriegt ihr auch keine Ergebnisse. Ne, Quatsch. Ja, weil es halt einfach ein bisschen zu eintönig wirklich wird. Und das Projekt jetzt schon so lange dran ist, dass wir einfach mal ein bisschen Butter bei die Fische jetzt geben wollen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und wenn euch mal irgendwas mehr interessiert, zum Beispiel, keine Ahnung, wie man die Bienen oder sowas züchtet, oder wie man ein Atomkraftwerk baut oder keine Ahnung, was alles noch kommt, dann wäre es ja eigentlich auch eine coole Idee, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt. Und dann könnte einfach jemand da ein kleines Tutorial zu machen, das ist ja auch fix gemacht. Wir haben übrigens noch eine Freiluftetage. Eine Freiluftmatratze? Oh yeah, Baby. Freiluftmatratze? Oh, ich bin im Wolfram. Lecker. Mh. Mh. Wieso funktioniert das mit der Angst? Das ist hier... Das ist keine Freiluftetage, sondern das ist hier die Suizidetage. Okay. Ah, okay. Na, wer sich traut, kann ja gerne mal... Boah. Hör, 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 hör. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du. Ich springe aber runter. Wee! Redstone, Redstone! Oh! Ne! Oh Gott! Ey, das erinnert mich grad an den... Das erinnert mich grad an den... Wie heißt der? An den Pech? An Hans Feder! Hans Wurst, meinst du? Hans Wurst! Hans Wurst! Hans Wurst! HB Baxter! Hans Peter Baxter! Ihre Zombiescheiße könnt ihr doch halten. Oh, Zombiescheiße! Damit kann man sich Hunde züchten. So, von euch darf übrigens auch noch einer gerne mal sich auslassen. Ich weiß jetzt auch warum wir keinen Redstone haben, weil die das ganze Redstone nämlich haben. Ja genau, wir erzeugen das aus dem Nichts. Einfach nur... Also ich lade euch mal eben... was? Und nach unten ein. Kommt mal mit. Auf unsere Wiese. Okay. Oh, geil! Auf die Spielwiese. Gainik... äh, Picknick. Kann man mal mit Hans Wurst noch ein bisschen spielen? Nein, der ist blöd. Den mag ich nicht. Der krummelt so sehr. Alter! Hier sind wieder 30 Ocelots. Ein paar Ocelots sind ja da. Ne, nur noch 29. Nein! Getötet wird hier auf unserer Insel nicht. Schneckball, ich hab nen Hall bei dir drin. Ja. Ich hab auch nen Hall, äh, die ganze Zeit. Okay, das ist aber nicht so gut. Ne, aber ich hab sonst nie einen Hall. Muss ich sagen. Aber von wem? Ich weiß ja nicht. Psst. Keine Ahnung. Psst. Aber nicht von mir, oder? Du heilst auch. Ne. Ach doch. Ach doch. Ich, warte mal. Ich hab grad selber gehört. Ich hab grad selber gehört. Hallo? Hallo? Ja, und ich hab' mir sowas schon gedacht. Wo ist Hans? Hans. Wo bist du? Wer hat den getötet von euch? Hä? Der läuft doch noch hier rum. Der ist doch hier in der Ecke, ne? Ja, Katzen kann ich mitrer Angel ran holen. Oh, da ist er ja. Ja, also, ähm, keine Ahnung, sagen wir jetzt noch mal was. Also es werden auf jeden Fall dann wahrscheinlich keine täglichen Folgen mehr kommen. Sorry für das Echo. Ich kann jetzt nichts dafür. Nene, nene. Es ist leider immer noch da. Ich kann es nicht sein, ich höre mich selber auch. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Wesel? Sehr unprofessionelle Aufnahme hier, muss ich ja auch sagen. Der Schweizer ist schon wieder vom eigenen Leben. Oh, der ist böse. Der ist böse. Der ist in der Bahnhaushalte. Kommt uns ein bisschen vor, gerade wie im Kindergarten mit den Jungs da hinten. Ja, tut mir leid. Ich bin ein Spielkind. Ich komme eher vor wie im Zirkus. Ähm, ich habe mich mit Hans-Peter angelegt. Versehentlich. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, tägliche Folgen kommen jetzt wohl voraussichtlich nicht mehr, sondern eher so, wenn es was Spannendes an Berichten gibt, die irgendwas geschafft haben. Oh je, ich habe keine Folgen mehr. Oh je. Ansonsten gibt es vielleicht einfach mal Blödsinn-Folgen, keine Ahnung, wo wir versuchen irgendwas zu machen. Ja, nicht wegen. Und natürlich werden wir ja alles schaffen. Notoka, wie viel, wie viel passt eigentlich hier in so einem Klösebeil rein? Äh, Lava oder Stein? Lava. Notoka, ich muss dir was sagen. Unendlich? Du hast dir in die Hose gemacht. Ne, der Einzige, den ich nicht doppelt höre, das bist du. Aha. Das heißt, es kommt von Notoka. Besser, besser mit Notoka. Dann seid ihr wohl alle zu laut. Ja. Wer muss da schuld sein? Notoka hat sein neues Mikrofon noch nicht richtig eingerichtet. Und die wollen denn auch? Ich kriege ihn nicht. Aber das geht sowieso nicht mit Annen. Jetzt müsste das Hall weg sein. Das Hall, ja. Das Hall müsste weg sein. So, ja, das hört sich doch gleich viel an. Oh, viel angenehm. Jetzt habe ich gerade, aber auch gut, dass euch das während der Aufnahme auffällt und nicht schon 20 Minuten, bevor wir angefangen haben. Das hat mit der Aufnahme erst gestartet. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich gerade alle Katzen umgebracht. Jetzt sind schon wieder neue hier gesprochen. Nein! Hör doch mal auf, die Katzen umgebracht. Achso. Bring sie nicht alle um. Aber das ist doch ungeziefer. Ich muss jetzt einfach mal Partei ergreifen. Ich muss jetzt Partei ergreifen. Ah, der Pech kommt. Das ist auch noch erschwerte Bedingungen. Weil der Pech mich ja... Das ist ein Klipper! Oh, ich habe es gehört, ja. Ich habe so ein Mindergrund mal. Im Mindergrund habe ich was gehört. Ich wollte euch übrigens schon mal was sagen. Hörst du jetzt auf? Du bist ein Arsch, oh, rei ohne Scheiß. Du hast gerade 20 Katzen umgebracht. Ja, so fucking what? Bring mir mein Zeug. Das ist mein Zeug. Da wurde gerade jemand getötet. Aber ich möchte bitte euch allen noch mal was sagen. Könnt ihr mal eben alle die Klappe halten? Entschuldige. Ich sag ja gar nichts. Das weiß ich. Jetzt ist nur Toka sauer. Echt? Ja, hast du es nicht gehört gerade? Ach, der ist gar nicht sauer. Der kriegt sich wieder ein. Wie Hans gemacht. Der hat gerade wie Hans gemacht. Ja, genau wie Hans. Egal. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Was ich euch aber noch mal eben sagen wollte, Jungs. Ich habe die Aufnahme gestartet. Im Wurf, bevor ihr sie gestartet habt. Und ich habe da so ein paar Szenen aufgenommen. Die ich eventuell hier noch mal hinten ranhängen werde. Das weiß ich allerdings noch nicht. Ich habe dich in der Situation aufgenommen, nur Toka, ja. Sehr schön. Dann kann ich mich schon freuen. Ja. Du Sau. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 8 Minuten. Nur ist er dann nicht. 9 Minuten. Kann man das als Infofrage auch lassen oder wollen wir noch irgendwas machen? Ich weiß nicht, was können wir denn noch machen? Habt ihr noch Bedürfnisse? Bedürfnisse? Ja, da fehlt aber noch einiges. Ähm, was, was fehlt dir denn noch? Ein paar Pfeiler? Meine Schuhe, mein Jetpack, mein Bogen, mein Schwert. Schuhe habe ich nicht eingesammelt. Die müssen noch da liegen. Hm, tipptopp. Mein Bogen, mein Schwert. Dein Bogen muss da auch noch liegen. Wenn die anderen den nicht eingesammelt haben. Komm, du hast es verdient. Du hast auch meine Kasse umgebracht. Ja, so fucking what? Ja, genau. Gib erstmal Beweise. Nutte. Ja, du hast Glück, dass ich die mir aufladen habe. Na, 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 na. Nicht solche Wörter. Hans rappt so ein bisschen hier rum. Also hier riecht nichts mehr. Tipptopp gehen sie. Bayern nur mit Juli im Schwert, ne? Na, 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 na. Ja, hier. Lass die Katze in Ruhe. Du hast die nächste Katze umgebracht. Samurai schwer. Das ist dir selbst zuzuschreiben. Ja, aber weißt du, wo das liegt? Das ist hier bei Letten. Ja, oder hat, nee. Wanns hat das nicht angeladen? Hier ist auch ein Bogen. Ja, das wird keiner sein. So was hast du nur? Hier drin. Krass, hat der so eine riesen Reichweite oder was? Warte. Du bist ja direkt daneben gestorben. Du bist ja ungefähr. Oh ja, stimmt. Hier bist du komischerweise umgefallen. Ohne Grund. Ja, ja. Oder warte, vielleicht war auch das hier der Grund. Da ist dein Questbook auch drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der Kind ist hier. Mit dem kann man echt nichts machen. Doch. Katzenstreitchen. Hast du Garfield mitgebracht? Garfield ist tot. Achso, weil hier gerade noch ein anderer Garfield rumläuft. Oh, mein Futter ist weg. Irgendwie hat mein Futter eingesammelt. Ich habe nichts zu essen. Ich kann dir Fischwraps geben. Fisch. Warte, ich werfe dir gerade ein bisschen Zeph zu. Wer nicht will, der hat schon... Zeph. Genau. Hier hast du ein bisschen Zeph. Neben der Katze. Was für eine Katze? Ich bin ja immer noch dabei, zu versuchen, einen neuen Hans zu spawnen. Oh nein. Das musste sein. Könnt ihr mal bitte Bescheid sagen, wenn ihr solche Kämpfe macht? Woher? Warum? Damit ich das aufnehmen kann. Das war kein Kampf. Das war Rache. Das war kaltblütiger Mord. Kaltblütig ermordet? Jetzt habt ihr den Kopf von Kinsey. Oh ja. Oh nein. Das war jetzt kein Wolfram im Kopf mehr. Was ist denn das? Nein, jetzt bin ich bei euch. Was ist denn hier? Oh nein. Das wollte ich verhindern. Ist das auch im Taumig-Dings gespawnt, das da? Was meinst du? Da war gerade ein Lila. Nee, das war ein Lilana-Slime. Ich kenne nur die Purple Slimes. Äh, die Rosa Slimes. Aber Lila kenne ich gar nicht. Kennst du, hier fliegt ganz viel Zeug rum. Was ist denn das hier? Von wem das ist? Pass gut auf meinen Jetpack auf, bitte. Was für ein Zoll? Ja, hier liegt kein Jetpack. Was? Das mal. Nein. Tu's nicht, tu's nicht. Was ist das? Wenn ich ein Gold-Block nehme und den mit Hammer bearbeite, kommt dann wieder das raus. Und Sparkel. Oh, 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 ein Skelett. Oh, verpiss dich. Yeah. Ja, hier. Wenn ich so ein Block of Gold mit Hammer bearbeite, kommt wieder das raus. Oder kommt da kein Lust raus? Und bei einem Block of Gold, nee. Im Block of Gold, da kommt, der ist ja, das sind ja quasi nur neun Ingots. Ja. Nee. Das sind ja schon fertige Ingots. Drück mal C und F und dann drück mal Leertaste. C und F? Ja. Gleichzeitig? Nein, nur zum Aktivieren jeweils einmal. C, F. Ach ja, hier ging's ja gar nicht. Ah. Jetzt drück mal Leertaste. Yay! Die Mutzi lässt einen fliegen. Du kriegst es gleich wieder. Mhm. Wenn der Akku leer ist. Nein, das hat zwei Wochen gedauert, dir zu laden. Lieg nur einmal hier über unsere Insel. Okay. Hast du mein Kram? Sollen wir nochmal? Nein. Geht aber ganz schön schnell. Ich hau dich nur mit der Hand. Na komm, ich mach's so. Das war von dir, das war von dir, das war von mir. Ich geb's dir trotzdem. Oh, danke. Ich mach's dir das, 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 warum hast du eigentlich Seeds dabei? Oh, ich weiß nicht, vielleicht wollte ich ja was anpflanzen. Okay. Pulverized Silver. Ich hab's disabled. Und den Kopf behalte ich natürlich als Trophäe. Oh Mist. Und warum krieg ich deinen Kopf nicht wieder? Ja, meinen Kopf. Den behalte ich. Deiner hängt hier hinten. Oh nein. Ich muss meinen Kopf. Wir wollen ihn behalten. Nein, der blatt hier. Was? Was? Und weg ist der Kopf. Wetten, wenn ich mich jetzt umdrehe. Wo ist der Kopf? Nein. Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Oh, das Skelett. Oh, der ist weg. Scheiße, wo ist der Kopf? Oh Mann, der ist doch noch da. Ich komm nicht hier weg. Äh, Server Mode an. NF, soll ich doch mal draufdrücken? Drücken. Mein Schwert ist da. Oh nein, dein Schwert ist da. Ja, es steckt nicht in der Scheide. Hey. Was macht es weg? Ja, nur kurz. Für Sicherheit. Es kommt da wieder hin. Gut, dass wir jetzt auch aufspringen aufnehmen dürfen. Oh, hi. Huda. Habt ihr nicht mal Lust, mit mir da hinten auf die andere Insel zu kommen? Und ein bisschen rumzukämpfen? Ich kapiere es nicht. Ich geh mal auf die andere Insel und mach mal ein paar Monster kaputt. Bist du ein Monster bashen? Ja, kaputt. Oder muss man die mentale, muss man der machen? Monster bash, bash. Da muss ich erstmal die mentale machen. Huh. Wie soll ich, ah, ich hab keine Pfeile. Ja, da muss das Long-Sword reichen. Ah, Mini-Alien-Zombie. Mini-Alien? Ja, Mini-Zombie. Mini-Alien. Oh nein, 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 es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. Oh ja, bei mir auch gerade ein bisschen. Bei mir nicht. Das Alien-Effekt. Nein, mir auch nicht. Ach, du hast auch eine schöne Rüstung an. Prima, ne? Man muss die jetzt auch wieder richtig rumhängen. Äh. Ja, der wird sich. Und ich spinne nicht. Das Ganze kriegt auch nicht mehr lange Leben, glaube ich. Glaubst du? Oh, voll die Monster-Party hier. Alter Schwede, 20 Creeper. Wo bist du denn bei denen? Was ist denn mit der Insel los? Und die Spinnen fallen gerade alle runter. Bei wem bist du denn, Kurt? Ähm, ich weiß nicht, die Insel, die ihr abgebaut habt. Die tote Insel. Die tote Insel. Boah, vier Endermen. Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Du blöder Enderman. Ich kann dich aber sehen. Ich habe nur noch 33% Energie. Alter, das sind vier Endermänner. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Oh, da ist mir zu viel los. Werde das aber mal ein bisschen beobachten. Vor allem, da mein Jetpack leer ist. Wow. Ja, vor allen Dingen, wenn das Skelett, pass auf, Brandy, ne? Du nimmst, du bringst die Katze die ganze Zeit mit dir mit. Oh, das geht hier alles in die Luft, ey. Ah, Hilfe. Ja, Endermänner, springt von der Insel, ihr voll Idioten. Ihr seid voll Idioten. Danke fürs Sterben. Ja, du Scheiß-Skelett gehst auch kaputt, du Enderman. Enderman, 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 Enderman. Nee, äh, okay, ich muss mich verziehen. Ich muss was essen. Ich muss eine Essen-Pause einlegen. Ihr sterbt, bevor ihr ankommt. Was macht, äh, Notoka? Nix, nix. Ich bin übrigens hier da ein bisschen krank, Leute. Ist ja auch irgendwie Dauerzustand bei mir. Deswegen auch der Hall. Genau, nur deswegen. Was, nur deswegen? Sie hat die Hall-Krankheit. Nur deswegen ist der Hall. Ja, genau. Nennt sich Halli, Halli-Fo-Fo-Fo-Li, Halli-Fo-Li. Halligalli. Halligalli macht, genau. Halligalli, Mann. Oh, der Brainiac ist ein guter Bogenschütze. Ja, ich kille sie alle aus der Ferne, ja, genau. Ich bin ja mehr so der... Alter, voll der Riesen-Slimer. Ja. Lock da unten. Alter, ich will da. Oh, die springen so dämlich. Die springen einfach runter. Hm. So. Ich mach fleißig Erde. Ich beginne, glaube ich, die Einzige, die irgendwas macht. Nein, nicht die Einzige. Nein, ich hab eben auch schon versucht, eine Quest zu machen. Aber es hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ja, ich kann jetzt endlich irgendeine Quest beenden, weil ich Pistons machen kann. Durch das Redstone, aber ich weiß nicht mehr, welche Quest es war. Da hattest du doch nicht extra diese Quest-Tour gemacht. Wo ist eigentlich das Hauslicht drin? Die ist nicht mehr aktuell... Ich weiß es nicht. Habt ihr das denn so oft gesprengt? Du hast ja da eben. Nee, ich hab nichts denn wieder gesprengt. Allmöglicher Scheiß drin. Das ist schon seit ungefähr Milliarden Folgen weg. Nee. Doch. Was ist weg? Ich hab's selber weggemacht. Achso. Warum? Ja, weil ich alle Inseln abgerissen hab. Achso. Was ist weg? Das Haus. Achso. Warum? 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 Warum ich das abgerissen hab? Hm? Na, damit da sich keiner Sachen einverleiben kann. Hat das jemand gemacht, sowas? Hm, nein. Hey. Ich hab irgendeinen Schlusspunkt bekommen, ich weiß nicht warum. Guck mal Mutzi. Ich hab noch ein Stöckchen. Vorsicht, ich hab einen Stoff. Warum bist du schneller als ich? Warum bist du schneller als ich? Weil ich hüpfe. Oh, jetzt bist du mir fast ins Schwert gelaufen. Uiuiui, das war Knäppisches. Wann ich auch verstorben, glaub ich? Oh. Ich will nicht sterben, ne? Nein. Das kann ich aber auch mit meinem Schwert machen. Ich bring dich auch noch höher, wenn ich da... Wir sind so effektiv heute. Und so, und so, und so. Oh, Jumppad zusammen mit meinem Schwertsprung. Alter Schweden. Das ist vor allem saukool, wenn man da Items draufschmeißt. Und dann? Buiii! Drei Herz verloren. Das geht auch mit Items? Ich werfe mal meinen Stock rauf. Boing! Ey, wer hat mich gehauen? Ich nicht. Dein Dings selber? Wahrscheinlich, ja. Was, der Stock? Ist er mir auf den Kopf gefallen oder was? Ja, das ist auch vielleicht auch einfach Fallschaden. Ja, ich krieg auch Fallschaden hier. Ja, aber nur wenn du das Jumping inklusive Leertaste benutzt. Nicht nöt. Nee, aber manchmal nur. Wie gesagt, wenn du das zusammen mit Leertaste benutzt. Hohoho, Scheibenhonig. Heft der Energie weg. Oh man. Ey! Ich war's nicht. Ich guck mich nicht so an. Ich hab ein Zombie-Hail hier in der Hand. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kann's gar nicht sein. Ach ja. Können wir davon noch mehr machen? Alter! 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 Was war das denn? Was war das? Was war das? Ich bin gestorben. Es wurde ein Kind getötet. Oh man. Warum? Warum? Nee, sammle den Kopf ein. Nein, tu's nicht. Nein. Der ist vergiftet. Fass ihn nicht an. So, was haben wir denn hier? Enderperlen? Nein, nicht mein Kopf. Wo hat er denn die Enderperlen her? Die hat er eben noch nicht im Inventar gehabt. Ey, das ist ein Englischwert. Das will ich. Nein, nein, nicht das Schwert. Nein. Fuck. Nein. Das hab ich lieben, Volk. Hab ich lieben, Volk. Was passiert denn, wenn ich ihn da drauf schubst? Aber, aber, aah! Scheitere. Böse Schneckball. Komm her, komm. Komm her, Schneckball, komm. Ne, ich will nicht sterben. Warum? Ist doch nur ein Hüpfpad. Guck, passiert doch nix. Ja, ja, jetzt. Ist doch ganz easy. Easy peasy. Ich, ähm, Lemon Squeezy. Jetzt kommt erstmal, Schneckball, wo kommt dein Kind sich Kopf hin? Ein Zopf. Äh, wo du willst. Also guck mal, da hinten ist einer. Aber da steht jetzt schon was drauf. Also da bei den anderen Körpers. Also der Inlu Tokar muss mal unbedingt seine Boxen ausdrehen. Was, meine Boxen? Ich hab keine Boxen an. Aber ich hör ständig deinen Spielsound, glaub ich. Ich hab keinen Spielsound an. Äh, interessant. Aber ich hör die ganze Zeit Chatpacks. Der kommt vielleicht oben mal ins Baumhaus, hä? Oh. Ähm. Bist du gerade weggeflogen? Ich? Ja. Nein. Nein. Okay. Wie kann man denn ein Jetpack benutzen? Äh, drück mal C und F. Ich glaube, er benutzt es schon. Was? C und F? Ach nee, doch nicht. C und danach F, ja. Wo ich mein Zeug? Weg. Hier, ich hab's aufgeholt, damit ich's despawned. So bin ich zu dir. Hier liegt noch Müll rum, hier. Was ist mein Jetpack? Hat's auch mit mir. Mein Schwert? Ein Jetpack war schon weg. Ah, na. Möbius Schwert. Ich muss den Brainy töten gehen. Hier. Danke, dass ich, danke, dass ich das Schwert mal halten durfte. Werd ich. Oh, ich bin ja schon Skill Level Master. Aber kein Auto ungefähr. Achso, da ist ja noch was. So, wir sind jetzt übrigens bei 25 Minuten. Wir könnten die Folge durchaus mal beenden. Hm, ja. Mein Jetpack, wo ist mein Jetpack? Ich beende die Folge, wenn ich mein Jetpack zurückhabe. Ich töte ihn besser jetzt nicht, sonst fällt der Jetpack noch runter. Und ich glaube, dann ist der Kinsey sauer. Ja, warte, ich darf nur. Er ist am Boden. Ich geb's dir doch, ich geb's dir doch. Das war voll der Headshot. Super. Ja, danke schön, danke schön. Kümmerdankt. Du warst Headshot niemals. Du hast hinten zum. Nein, guck, du hast mir ins Gesicht geguckt. Der Fall ist definitiv nicht von mir. Okay. Nein, hau mich nicht mit dem Stock. Habe ich, oh, ich hab Slime. Da kann ich mir, da kann ich mir, da kann ich mir, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ja, oh, was ist das? Das ist so geil, diese Dinge einfach runter zu platzieren. Oh nein, wo ist das Zweite? Oh, ich kann keine Spieler an die Leine nehmen. Ja, ich hab ein bisschen schon bei 35 Sekunden, ich bin voll gebeten. Geh weg. Los, springt, tanz. Die ich einfach mal ignoriert werde, ihr. Oh nein, Franny hat auch einen Jump Pad. Ja. Wow, Jump Pads. Na komm, baus ab, baus ab. Aua. Aua. Oh Mann. Na komm. Na komm, komm. Na komm. Aua. Okay, wir müssen, glaube ich, echt lange auf der Arm machen. Kitzel. Oh, ich hab Durst bekommen, ich wollte nur ein bisschen Milch haben. Da kommt der vor allem mal mit einer Kuh an. Ey, jetzt haben die getötet. Was, wir hatten die gekillt? Ich weiß nicht. Die hat zu fest gezogen. Ich weiß nicht, mein, mein, oh, oh. Alter, die ist tot umgefallen. Die ist tot umgefallen. Oh Mann. Oh nein, der zweite ist auch weg. Die sind übrigens ultra easy herzustellen. Du brauchst nur so ein Slime-Stück da hinten von dem Baum, ein Redstone und ein Slime. Also dieses getrockte Zeug. Ja, Bounce Pad. Ja, guck einfach. Die sind voll einfach. Gut, ich würde sagen, wir machen mal dann Schluss hier mit der Folge. Ja, echt. Das ist dann nur eine kurze Infofolge werden. Ich hab ein Rennschwein. Ja, war kurz. Das ist dann jetzt bald eine halbe Stunde. Also unsere Tiere rein freuen, ne? Was passiert, wenn das Schwein auf ist? Was passiert, wenn das Schwein... Setz mal bitte, setz mal bitte Jumphead unter das Schwein. Warte, 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 warte. Mach zwei, dann ziehe ich hochkatapultiert. Und dann zieht der Kinsey's durch. Nee, geht nicht. Doch! Doch, wie geil. Setz noch ein Style. Ich hab keins mehr. Setz hier noch... Hä? Das hat voll süß geguckt. Hat der Kinsey das aufgesammelt? Kinsey, hast du noch einen Jump? Oh, toll. Aber es hat drei Fleisch gegeben. Haben wir ja vor allem Schweine. Oh, die Katze. Wo ist die Katze hin? Ist die Katze gerade runtergejumpft? Du Katzenhörer! Oh, was ist das denn jetzt? Was ist das? Was ist das? Ich höre einen Rauschen. Ich auch. Oh, ist es weg. Gott sei Dank. Oh, herrlich. Da hat man nur die Katze aufgesickt. Da hat man nur die Katze aufgesickt. Da hat man nur einen in den Augen. Oh, Mann. Nur Toka ist ein Katzenmörder. Ah. Ja, das kommt ja schon da. Und er findet immer neue Variationen, Katzen zuzubringen. So ein früherer-Kennig. Ich geh ja schon in meinen Vox. Ach, da bin ich. Arme Miesi. Nee, der bleibt da. Na, 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 na. Du kannst dir den anderen Kopf nehmen. Oh, Entschuldigung. Welchen anderen Kopf? Ich will ja nicht nur meinen Kopf haben. Ich möchte, dass hier kein Kopf ist. Ich zeig dir welchen. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Kein dir. Brainy. Okay, wir möchten jetzt die Folge mal beenden. Ja, stimmt. Das wollten wir ja. Stimmt ja. Da war ja was. Na, für diese kurze Info-Chaos-Folge. Die war jetzt richtig chaotisch. Ich entgegen würde, wenn hier nicht einer mal durchgreift. Ja, brav schreckbar. Am Ende muss dann die Frage durchgreifen. Wo ist denn mein Holz? Ich hatte noch Holz. Au. Sonst nehme ich mir, was? Holz, ja. Okay. Gut, dass du eine Protection-Rüstung an hast. Dann kann ich dich auch mal ein bisschen verprügeln. Oh nein, ich bin ganz hungrig. Oh, hier fehlt was. Darf ich dir einschlagen mit meinem Schwert? Was wollte ich jetzt eigentlich? Einen? Ach ja. Wow. Jetzt werde ich auch fast da reingelaufen. Aber nur einen. Ja. Jetzt? Ja. Ich will kein... Du brauchst ein Schwertchen in die Hand nehmen. Doch. Okay, ein Herz. Ja, das kommt von deiner Mega-Rüstung, oder? Soll ich jetzt auch mal? Nein. Warum? Ich will auch wissen. Ich stehe bald. Ich habe da gar keine Saison. Ja, wahrscheinlich bleibt mir noch ein Herz. Nein, du hast vier Sachen mit Protection. Fünf. Krieg ich jetzt Bounce-Bett? Ich mag das Bounce-Bett. Drei, zwei, eins. Siehst du anderthalb. Okay. Okay, aber liebe Leute, ich beobachte den Kinsey, wie er schon wieder hier... Ja, was ist er? Ich habe Hans-Peter eine Ender-Perle gestellt. Komm, wir beenden mal die Aufnahme. Wir können ja danach noch ein bisschen rumplödeln. Ja. Bitte erstmal die Aufnahme beenden jetzt. Danke fürs Zuschauen, dass ihr hier durchgehalten habt. Ja. Und euch das angetan habt hier. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt morgen da rein. Komm euch mal her, komm euch mal her, komm euch mal her. Das ist ein bisschen ausgelöst, springt hier voll rum. Du sagst, was du siehst. Wacht dahin. Aber das krepiert, wenn es drunter fällt. Es ist tot. Es ist tot. Das soll ich wissen. Ich bin mal der Eikie, ihr Katzenörder. Ich nick mal, du warst in der Abmod. Ja, ich war eigentlich schon fertig mit der Abmod. Okay, dann macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Nichts. Musik Musik Musik